So, dann wären wir wieder bei den Diamond Dogs, Call the Diamond Dogs So was wollen wir heute machen, ich würde ja gerne irgendwie noch ein bisschen was auf der Mother Base machen So zum Beispiel, keine Ahnung, das ist eine Nebenoperation, sichern sie den Diebstahlschutzbauplan Kein Wunder, dass wir die ganze Zeit nicht die Mission frei hatten, hier fehlt aber noch die Neuen Bin ich auch gespannt, was das sein soll Neuen Unglückshund, ich wäre aber jetzt, äh ganz ehrlich, ich will jetzt mal endlich hier mit den Zielübungen auch mal weiterkommen Okay, hier ist so ein Schütz, interesting, heißt heute ist wieder mal ein kleiner Mother Base Tag Du bist nämlich gut, mein Freund, hallo Alles Gute Anlässlich kennenzulernen Kennenzulernen So, warte, nur mal kurz merken Achso, Battle Gear Hangar steht sogar hier R&D Plattform Okay, müssen wir irgendwie hier hochkommen So, wie kommen wir denn weiter hoch? Ja, das ist so verwinkelt hier So, wow, 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 aber bei Wobei, wobei Hier kommen wir nicht entlang Ich bin mir sicher, ich habe den richtigen, leichten Weg entdeckt, äh, fair, 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 übersehen Wahrscheinlich ist hier irgendwo so eine ganz deutliche, krasse Treppe nach oben Okay, ah, hier sitzt noch, das sieht richtig aus So, hallo Boss, sende mich auf eine Mission No Ah, schön, dass du einsatzbereit bist Und voller Taten dran, das gefällt mir Ey, hier kommen wir nicht hoch Wir kommen wir nicht hoch Ja Wir kommen die Boss So, hier einmal entlang Vielleicht bringt das ja was So, hier kommen wir ganz nach oben Kriege ich mal schön Oder Hänge ich da dran So Ja, stimmt, hier haben wir, glaube ich, so lange gebraucht, oder? Ja, ich erinnere mich, glaube ich Komm, starten wir So So, wir beide Schön mitkommen Da hinten ist nichts, so wie ich das sehe So nett Das Watt, das habe ich auch gesehen Das ist ja nicht so fein Guck mal, und den Diamanten habe ich auch gesehen Warte, wovon wir runterfallen Na, geht das nicht schneller? So Hier ist nichts mehr Möglicherweise hier noch was Wow, shit Okay Muss lernen, Schulterwechsel machen Statt hinfallen Okay So weit, so gut Ich habe alles hier gesehen Hallo Du schon wieder Weg da Da Äh, oder so Ja, man muss ja echt Jeder Ebene abchecken Wir haben auf jeden Fall schon mal 21 von 35 So, hier ist hier noch Vielleicht irgendwie was Da habe ich, glaube ich, was gesehen Nein, noch nicht Okay, shit Hat jetzt Zeit gekostet So, bei drei Minuten fängt das schon an zu ticken Das muss ich aber ganz kurz abchecken Ob hier nicht vielleicht So ein Ding noch ist Okay Okay So, ein bisschen quer nach unten geguckt Und alles ist in Ordnung Moment Nee, hier kommen wir nicht lang Wir müssen zurück Wie kamen wir denn hier her? Hier, ne? Warte Knapp zwei Minuten Noch knapp zehn Dinger Oder sind die letzten paar die schwersten Weil die sind Man weiß nicht, wo die sind Oh, ich hasse diese Zielübung So Okay Nein, komm hoch Ich werde die letzten sind irgendwie unten Deshalb checken wir das Ganze nochmal schnell ab Ist keins Fuck Hier Alles erledigt hier Mann, wo sind die letzten? Noch fünf Stück Hier ist einer noch Unten ist auch keiner mehr Ach, Mist Ja Ja Oh, bitte, ey Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wir haben sowieso fehlgeschlagen Ich werde die waren hier nachher noch drin, ey Ach du meine Güte Ich würde den Shit noch gern einmal probieren Nur um zu schauen, ob wir das vielleicht Jetzt irgendwie beim zweiten Versuch hinkriegen Das Problem ist auch, dass es so verdammt vertraktet ist So Der hinten ist keiner, ne? Der ist echt keiner Dich habe ich übersehen Oh shit, ich muss nochmal hoch Ah, come on Die Steuerung, ey Größter Feind im Spiel So Runterspringen ist schneller Als alles andere Ich gehe nochmal kurz hier lang So Ich hoffe mal, indem wir hier entlang gehen Entdecken vielleicht ein bisschen mehr Als beim ersten Mal Hallo Ich bin mit uns beschäftigt Ach, fuck you, ey Wo ist der Shit? Führ mich zum Schotter Okay, wir gehen nochmal hier entlang Zurück auf den Standardweg Die unten sind fies Hier drin auch Okay Ich sehe hier erstmal irgendwie keine Heißt, wieder zurück auf den Weg Nein, hier kann man nicht lang Oh, scheiße Hey, wie kommen wir denn hier hin? Moment, hier lang, ne? Jetzt haben wir den ganzen Kram ausgeschaltet Ah, der fehlt noch Weg da No Okay Noch mal ein bisschen quer rum gucken Hier am besten noch mal Abchecken Aha Guck mal, hier Da ist noch einer gewesen War nicht hier oben noch irgendwo einer? Okay, na gut Ich bin zurück auf den Weg Scheiße Ich meine Für ein Stück Mussten wir noch mal Nach unten gehen Das ist auf jeden Fall Das steht schon mal fest So Alles cool hier Ja, jetzt sind natürlich hier Die Dinger weg, ey Ah, jetzt sind überall Woanders die Probleme, ha? Dich habe ich auch gesehen, du Zwei Stück noch Zwei Stück noch Zwei Stück noch Oh, können wir hier runter? Ich würde sagen, ja Ja Da ist du Oh, Junge Bitte Nicht so fest Ach du Scheiße Ach du Scheiße Nee Hier waren die einen Hier haben wir schon geguckt Hier war der andere Ach Come on Das ist doch echt blöd Na gut Ich gebe mich geschlagen Ich kriege diese Mission nicht hin Ah, hier haben sie den Diebschutzbauplan Oh nee, ey Das ist aber jetzt auch Komm, wir geben dann noch ein paar externe Aufträge auf Na hier, das hier Das ist sogar Das ist sogar interessant Volkswahrscheinlichkeit mit Sekt Oh Alter Da müssen wir aber echt unsere besten Leute einsetzen Und hier ist eigentlich kein Problem So, Kassetten können wir noch ein bisschen spielen Na, was haben wir denn hier noch? Okay So, ich klang jetzt nicht so interessant, wenn ich hier bin Feind alarmiert Äh, eliminiert Okay Was aber wirklich interessiert Sind natürlich die ganzen Dingens hier Währenddessen Erstmal gucken Entwicklung Ich höre gar nichts auf dem Tape Sniper rifle Jawohl Ja So, was noch? Nee, Operation Vielleicht auf der Base noch eine Warte Okay, das ist markiert Ach du Scheiße, ey Kann es sein, dass wir das Tape nicht aktiviert haben Wir haben es nicht aktiviert, oder? Okay Okay Glad still hasn't made any moves It's got me thinking What? If you took her on a mission She might break her silence You want to let her out? Sure Make her no different to the others Roger Pick up for themselves, right? But her I say work with her See what happens I wouldn't ask this of anyone but you On missions I'll make sure I'll make sure we have someone observing from a distance and she won't be allowed access to all of the base As for Miller Well, sometimes it's better to ask forgiveness than permission The best part is hiding is her specialty If no one sees her leave the base, the staff will be none the wiser And if she gets away If that happens You'll have to take care of her But I have faith in you, boss I think quiet sees something new It's a big risk But it's worth the good of all of us And besides You can't deny her talent Our unique skills and abilities would give you a hell of an edge out there I'll think it over Irgendwie nehme ich immer die blödesten Wege, oder? Weil ich finde grad die Treppe nicht So, weißt du was, wir hören jetzt nochmal eine Kassette Besten Quiet nochmal auf der Mother Base How long are we going to keep that woman here? What do you mean quiet? My personal feelings aside She's putting everybody on edge You should hear the stories I got sick from just standing guard at her cell I won't stand on the same platform as that witch She hit me for no reason What is this? A private army or a kindergarten? The thing is They're all serious They're faced with something they don't understand And a kind of mass hysteria is broken out I've gotten wind of countless plots to take her out There are no grounds for this suspicion whatsoever Put yourself in her shoes Assuming they see her as a prisoner here No, even more so If they do She deserves to be treated humanly I always thought our men were a bit more thorough-minded Look, I understand, this is a stressful line of work Some of the guys are starting to suspect him I don't agree with keeping her here either So what's your move? Throw her out? Kill her? Shh She's our ticket to cypher And her physical abilities are outstanding We can use someone like her They'll make me sick Your marksmanship How long are we going to keep that woman here? You mean quiet? My personal Sick Her marksmanship, speed, stealth capabilities for a start Then There are the other things we've learned Quiet appears to be able to use both eyes as master eyes simultaneously That lets her track targets of different focal lengths at once While looking through the scope with one eye She can look for new targets with the other That's why she doesn't need a spotter She can operate alone, no matter the circumstances See? I told you she's a freak No one would be able to control her No There's one person who could Hey You're trying to get the boss killed Well why don't we talk to him? Hmm? See if he's willing to take her along I don't like this It's his decision to make The two of them might even make a good team Okay Okay Ich starte aktuell so ein bisschen was am Bauen Na gut Bauen wir erstmal die letzte Kommando Plattform Das ist das einzige was wir machen können Na gut Und dann schauen wir mal Dass wir die nächste Mission machen im Spiel Oder machen wir erstmal Wir machen wieder glaube ich ein paar Nebenmissionen Ein paar Baupläne sichern ist das glaube ich ganz nützlich So hier Wollen wir hin Ich nehme an das ist Ja das ist die Base In den Bergen Ich erinnere mich ungefähr So Auf jeden Fall einen anderen Begleiter Bei D-Doc Ne Wir müssen auf jeden Fall eine neue Kleidung für D-Doc finden So und Quiet Wir müssen auf jeden Fall eine neue Kleidung für D-Doc Wir müssen mal kurz bei der Entwicklung gucken Begleiter mit Ausrüstung und so So Quiet Du hast doch bestimmt den letzten Falter Ne Er hat sie tatsächlich Schuldiger Falter und schuldiger Falter Mit Schalldämpfer Ah ich denke das ist der oder Kann sein dass es der ist So dann machen wir das doch wieder hier Äh Quiet nehmen wir dann ne Warte 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 Begleiter auswählen Hier mit dem Doppelstern oder Dingens Und vielleicht Nicht blutig Egal Auf jeden Fall Denke ich wir können das so machen Vielleicht sollten wir statt dem Sturmgewehr einen Raketenwerfer nehmen Ich denke das ist nicht nötig Dann reisen wir los quand da lasst Es war Zum啊 Ich danke dir Lange Bis zum nächsten Mal.